Nein! 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 Schade! Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Slither.io hier auf meinem Channel. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist bei einer Neufindung, einem neuen Spiel, das ich mal auf meinem Channel vorstellen möchte, mal abseits von Clash of Clans. Ja, ihr seht hier schon, das Spiel heißt Slither.io und ist ein Nachläufer des Spiels Aga.io, das ihr sicherlich auch kennt. Und es geht bei diesem Spiel darum, hier, man ist so eine Schlange und man kann Pünktchen einsammeln und es geht darum, die größte Schlange, die längste Schlange zu werden, wie auch immer. Ja, und das Ganze schafft man, indem man eben auf der einen Seite hier kleine Pünktchen einsammelt und auf der anderen Seite kann man hier so eine Schlange auch killen. Genauso leicht kann man eben auch gekillt werden, so wie ihr es gerade probiert. Es gibt hier diese super Funktion mit dem Boost-Button. Oh, der probiert es natürlich. Ups, jetzt habe ich ihn gekillt. Ja, so schnell kann es gehen. Und schon seht ihr, dass man länger wird. Ich hoffe, es leckt hier nicht zu sehr. Ja, das funktioniert alles. Es ist nämlich das erste Mal, dass ich das jetzt hier mit dem Bildschirm aufnehme. Ist alles ein bisschen neuland für mich. Ich hoffe, die Qualität passt soweit und ihr habt einfach Spaß beim Zuschauen. Ja, also, das Spiel kann natürlich auch sehr aufregen und ärgern. Ja, ihr werdet es einfach sehen und probieren wir jetzt mal Platz 1 zu werden, so gut es geht. Ach ja, genau, wenn ihr das Spiel selbst spielt, man kann boosten, zum Beispiel mit der Leertaste oder mit der Maustaste. Und ja, durch das Boosten verliert man so ein ganz kleines bisschen Masse. Unten links seht ihr meine Gesamtanzahl. Momentan steht die bei ungefähr 1300 und man verliert immer 10 Masse irgendwie pro Sekunde oder so, wenn man boostet. Wenn man also genug hat, sollte man das ab und zu nutzen. Aber Dauerboosten ist auch gefährlich. Oh, oh. Oh. Hab ihn. Ja, mein Freundchen, damit hast du nicht gerechnet. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Clash of Clans gibt es natürlich auch weiter neue Videos. Ich bin gerade dabei, hier das Erdbeben-Video hochzuladen. Er hat da gerade einen gefangen, da komme ich nicht dran, so ein Mist. Ähm. Ja. Und das Erdbeben-Video, das wird wahrscheinlich noch heute hochgeladen. Ja. Mal gucken, vielleicht parallel zu diesem hier. Vielleicht ist es jetzt auch schon... Oh, oh, oh. Ich muss gerade mal ganz kurz hier... Höh. Nicht. Danke. Oh, oh. Noch einer. Oh. Oh. Nein. Scheiße. Ja, ähm. Das ist das Ärgerliche bei dem Spiel. Man stirbt eben leider manchmal auch genauso schnell wie gewonnen. So zerronnen. Und das Ganze nimmt ein neues Ende. Äh. Quatsch. Nimmt ein neues Weg. Ja. Wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Hm. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau. Bei dem Erdbeben-Video. Erdbeben vs. Jumpzauber. Ein sehr interessantes Thema. Aber dazu gibt es mehr in dem Video. Schaut es euch gerne an. Müsste irgendwo ganz frisch auf meinem Kanal drauf sein. Ja. Äh. Sagt mir doch mal, was haltet ihr von diesem Spiel? Wollt ihr davon mehr sehen? Äh. Mehr Let's Plays vielleicht? Einfach sowas wie das hier jetzt? Wo ich ein bisschen quatsche und was dazu erzähle? Ähm. Oder wollt ihr gerne sehen hier? Es gibt zum Beispiel so eine Möglichkeit irgendwie zu cheaten. Habe ich gesehen. Ähm. Auf. Auf einem Kanal irgendwie. Dass man rauszoomen kann und so weiter. Findet ihr, dass das Cheaten ist, wenn man rauszoomen kann? Also ich habe mir das mal angesehen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lästig. Weil das zoomt auch ständig wieder ran. Und dann hilft einem das nicht so wirklich. Also ich habe es mal ausgetestet. Oh. Fast hätte ich ihn gekriegt, den Großen. Also hier das große Ziel ist, den Großen zu kriegen. Ja. Aber was sagt ihr dazu? So ist es. Was findet ihr mit dem Cheaten? Oh. Oh. Ich habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Oh. Oh. Ja. Äh. Leute. Es geht bei diesem Spiel darum, die anderen Menschen, die anderen Schlangen, die das Spiel spielen, auszutricksen. Das ist eigentlich das Coole. Und das Schlimmste ist, wenn es leckt. Oh. Scheiße. Verdammt. Egal. Wir bekommen es zurück. Es kommt alles wieder. Es kommt alles, alles wieder. Man kriegt alles wieder. Nicht ärgern. Nicht aufregen. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Irgendwie sind gerade ziemlich viele On hier, die einfach so in einen reinfahren. Aber man muss dennoch vorsichtig sein. Also. Ich glaube, wenn. Oh. Dankeschön. Ich glaube, wenn. Wenn wir eine kleine Schlange auf eine große trifft und die Kopf an Kopf so aneinander gehen, dass dann die kleine Schlange gewinnt. Aber ich weiß es nicht genau. Das ist auch schon mal was anders vor gewesen. Manchmal versteht man es auch einfach nicht. Und wenn es so schlimm leckt. Ja. Das ist, wenn man zu gierig ist. Seid nicht zu gierig. Seid nicht zu gierig. Das wird euch ganz schnell zum Verhängnis. So. Damit das Ganze nicht zu langweilig ist, lasse ich das ab jetzt mal ein bisschen im Zeitrapper ablaufen. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, das seht ihr dann ein bisschen schneller. Und. Ja. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen und lasst es mich wissen, wenn ihr davon werfen wollt. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Triple kill. Oh. Oh. Nee. Das ist meins. Das habe ich mir ja wohl ganz sauer verdient. Immer wenn jemand anfängt zu boosten, dann denke ich, dass er gleich stirbt. Und da ist auch jemand gestorben. Bis zum nächsten Mal. Der kleine Wurm. Oh. Leck. Hellblau ist tot. Oh, wie knapp. Oh, er wäre fast. Hellblau ist tot. Ich habe es noch gesagt. Nein, Mann. Kleiner Scheißwurm. Verdammt. Hey, Leute. Das ist ganz ehrlich. Fasten. Das ist so häufig so. Man sieht einfach die Masse und will darauf zufliegen und dann lässt man außer Acht, dass da auf jeden Fall auch andere Würmer sind. Okay, jetzt sind wir schlauer als die anderen. Ausgetrickst. Was passiert, wenn man sich mit dem Glätser anlässt? Nein, Mann. Äh. Leute, ich hatte ihn. Ich hatte ihn schon wieder. Na. Nein. Scheiße. Scheiße. Das war ein Fehler. Zurück. Kein Fehler. Nein, Mann. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht. Boostet er sich da durch und kriegt mich auch. Und der ist bestimmt selbst noch gestorben. Sei nicht greedy, Dancer. Oh, oh, er war zu greedy. Guck mal, wir umzingeln das einfach, das ganze Zeugs hier. Dann gehört das alles uns. Das ist in Ordnung. Wir sind wieder bei 7000. Wir sind bei 7000. Wir sind bei 7000. War das ein Fehler? War das ein Fehler? Wird das ein Fehler? Oh, da ist jemand gestorben. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Geseehen. Geseehen. Nein, nächster. 8000. Oh, der ist auch schon ganz schön groß geworden hier, der blau-gelb-rot. Heyo, was willst du? Heyo, was willst du von mir? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nee, 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 nee. Prakti. Der ist greedy. Prakti ist greedy. Nee, vergess das. Oh, wie knapp das war! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Oh, wenn nix, wir sind die Mäntermitte. Oh, der kleine Wurm kriegt alles, ich komm noch nicht ran. Keine Chance. Leute, wir sind auf Platz 5. Wuh, Platz 5. Ja, Mann. Wuh, Platz 5. Wuh, Platz 5. Wuh, Platz 5. Nein! Fängt an, große Krallen zu sehen. Das ist so einer von der Spielersorte. Leute, ist das eine gute Idee? Wollen wir das Spiel ewig spielen? Mein kleiner gelber Freund. Wir haben's. Wir haben's. Und willkommen von Platz Dingens wieder runter, hoch auf Platz 4. Wir sind Platz 4, Leute. Ich dachte schon, der kleine Wurm will mir Probleme machen. Wo sind wir? 16.000. Platz 4. Platz 3. Nein, nicht. Platz 3. Platz 3. Platz 3. Okay, wir sind irgendwo am oberen Rand der Karte. Und es leckt gerade wieder ganz viel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, dass es auch mal funktioniert. Wieder kaputt. Nein, 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 schade. Ja, okay, Leute. 18.263, das war's für heute. Also, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaut gerne bei meinem Kanal vorbei. Schaut euch die Clash of Clans Videos an. Sagt mir, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ob ihr noch mehr Slither.eu wollt. Und ob ihr noch irgendwelche kleinen Tipps und Tricks wollt. Keine Ahnung, wie man jemanden da kriegen kann. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Dancer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020